Das nächste Stück, das wir spielen, ist ein ungarisches Lied, das viele von euch wahrscheinlich schon kennen. Aber jetzt, mit einem großen Lied, das heißt »Hiedegen«. Oh, das ist ein schönes Lied. Oh, das ist ein schönes Lied. Das ist ein schönes Lied. Oh, 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 das ist ein schönes Lied. Musik 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja.